hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 mit reality hier beim händler und ja so ein teil hätten wir gerne aber der wird wahrscheinlich ein bisschen zu teuer sein so schauen wir mal weiter so ja wie weit gehst du runter mit dem teleskop lade vom preis 212.320 was ne so tief gehe ich nicht 212.023 oder so ne das ist sein Radladenkuss noch ne Schaufel ähm 75 75 75 und es gehört dir moment man kurz muss noch was schaffen vorher zu ernten wo die versteigerung kommt guck mal auf dein handy ja dann ist es deiner jo danke hau rein jo soll ich den runterfahren jo hau rüber äh ja jo kannst du doch mal losfahren brauchst du eine Weile na dann bis später Herr Neumann ich verneige mich mach ich mal gleich vom Acker her jo tschüss jo tschau tschüss so sehr schick hoffentlich kommt er mit der Allradlenkung zurecht ja kann man aber auch ausstellen ähm so dann würde ich gerne hier die Schaufel veräußern Moment ich fahre ihn gleich wieder drauf ja so Lukas was soll ich bezahlen dich und du willst es haben ja klar will die da haben es ist her ja klar n n bis dahin n n warte mal und was in die Stadt mich in ihnen oder einmal so lassen also nicht mehr aber standard für sie lassen und ich lieferste dann wenn es er wird jetzt muss ich damit zahlen Schimmer der Welt 17.860 sowohl an mich und auch an die Stadt ansteuert an das 17 17.8 17.900 Marlon du hast auch das ist der Typ auch hier habe ich mich erschreckt Herr Müller den also Herr Leon Müller sagen wir bei Ihnen auch noch manchmal hallo was gibt es denn das zeralbert sich immer verfährt ich bin ich glaube ich soll immer die Ostern ja ich vielleicht ist es aber auch ein bisschen das alte Marlon ist er sicher die Lärm und es mit 1.300 Euro 6 oder Das ist mir völlig wurscht, hauen Sie die weg. Okay. Würden Sie auch so freundlich sein und mir ein kleines Trinkgeld für den Service überweisen? Kriegen Sie vielleicht, wenn Sie mir die restlichen Sachen noch organisieren. Achso, ja. Also dann, tschüss noch, schönen Tag. Tschüss. Die restliche Sache. Ja, ich bräuchte noch einen Tiefenlocker von Kuh. Ja. Und eine Palettengabel für den... Genau, da war es ja noch. Palettengabel, ups, da habe ich mich vorhin angehört, das war richtig. Teleskoplader. Teleskoplader, die... Haben Sie jetzt aber Glück gehabt, dass ich das Einzelkauf. Oder Pech, je nachdem. Okay, das ist ein 2.0. Ich habe eigentlich einen Anhänger für Paletten. Ne, haben wir auch nicht mehr, ey. Da wollten sie sich mal einen aus dem Transportport, äh, das war uns, hier aus dem Transportpack, aus der Kategorie. Stimmt. Wie sind Sie das Problem? Sie haben es genug Geld. Ich habe im Moment schon genug Geld. Das Problem ist nur, der, dem Johnny hier, das war ja der, 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 die Wien. Oder, war das so? Ne, das war der von der Gemeinde, die ich da ausgeliehen hatte. Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Den Tiefenlocker haben Sie bestellt? Ähm, ne, ich wollte Ihnen nur jetzt den Endkreis sagen, von der Palettengabel und dem Tiefenlocker. Jo, ich danke. 13.442. Überweise ich Ihnen. Ne, die müssen Sie mich nicht überweisen. Sondern, äh, an mich, also Steuer und, äh, für mich jeweils, ähm. Entzeigen Sie mir, was Sie kriegen. Ich kriege 1120 und die Gemeinde auch. 1120. Genau, so schaut's aus. Ja, dann beweise ich schon mal an die Gemeinde. Äh, 1120, Palettengabel. Von, äh, für, von, äh, Dingsda, ne? und das ist auch leute genau um die Beobachtung um um müssen wir kurz gucken und der Mann ja vielleicht in einer Stunde ist es da okay nr dann überweise ich Ihnen noch das Geld warten Sie Achso, Moment, das Trinkgeld wollten Sie ja noch für den Service. Dankeschön. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ja, immer wieder gerne. So, warten Sie mal, ich hätte aber da noch einen Folgeauftrag. Ähm, und zwar ist es jetzt so, dass den Stapler, den wir gekauft hatten... Den, den Hellstrucklader? Nein, den Stapler. Achja, den Frühhau. Genau, den müsste man wieder abholen. Mh, ja. Können Sie das machen? Woher soll der? Äh, nach Tschechien. Was? Bitte? In Ostblock. Ah, Sie wollen es veräußern. Exakt. Gut. Äh, der steht bei mir gerade... Wo ist denn der Hof? Äh, der steht im Wald. Ach, da, wo ich ihn hingeliefert habe? Jupp. Äh... Sie können auch, wenn Sie Lust haben, gerade mit runterfahren. Nee, ich habe wie mein Traktor hier, das wäre ja ja blöd, so. Ah, Sie laufen zu so weit weg, da muss ich schreien. Weil ich gleich wieder kommen. Was für eine Kundenbetreuung, ey, das gibt's nicht. Wollen Sie den lieber früh, oder wollen... Ähm, ja. Und der lässt auch den Motor aus, Auto laufen lassen, ey. Hallo? So, jetzt. So. Ja, was jetzt? Ja. Nein. Sie wollen, dass ich Ihren... Den Stabler, ja. Dass der verschippert wird. Ja. Ja. Ja, und jetzt weiter? Fahren Sie runter, holen Sie das Ding. Ja. Und schreiben Sie mir das Geld gut. Gut. Eieiei. Kommen Sie nochmal raus. Okay, können wir da rein. Ich dachte, Sie sitzen auf der Leitung. Ja. Tschüss. Tschüss. Albert. Jo. Moment. Traktor steigt. Ähm. Ähm. Der... Müller. Vom Händler. Der kommt... Oh, warte mal. Das... Unser Gewicht. Das steht auch noch hier. Das bringe ich auch gleich mal mit. Äh. Der Händler kommt jetzt runtergefahren in den Forst. Falls du noch dort bist. Und er holt... Nein, doch. Er holt... Den... Ähm... Den Stapler. Ich geh grad hier vor der... Oh, das kommt da rein, ne. Das kommt da rein, ne. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Ja, die kannst du gleich mal rüberfahren zur Leerpalettenproduktion. Achso, ne. Stimmt, ne. Ach, stimmt. Die Gabel habe ich auch noch bestellen. Aber die kriegt man jetzt nicht weg. Äh, kannst du noch mal zum Händler fahren? Ja. Aber die Schaufel dort lassen. Im Wald. Das hat mir auch gerade aufgefallen. Ja, die Palettengabel habe ich bestellt. Die liegt beim Händler. Gut, dann lasse ich die Schaufel nochmal... Ja, lass die Schaufel im Wald und äh... Ach, genau. Lass ich die Schaufel hier bei den Haxen, oder? Ich habe es ja kurz mal voll gemacht. Jetzt mach sie wieder leer. Äh, ne. Die Schaufel ist voll. Äh, jetzt habe ich sie wieder leer gemacht. Soll ich die vorne reinkippen? Ja, mach... Mach mal rein beim Ding. Ähm... Bei der Holzkoteproduktion. Weißt du, wo die ist? Okay. Aber welchen weg bin? Äh, die ist gegenüber vom Ding, äh... Ähm... Ne, wenn du den Weg wieder ein bisschen runterfährst, links in dem Holzschuppen. Mit den großen Toren. Hier ist schon ein Holzschuppen direkt. Da steht vorne auch ein Schild mit Holzkohle dran. Und da ist ein gelber Trichter drin in der Halle. Und in den gelben Trichter, da gehören die Hackschnitze rein. Ja, das sieht schwarz aus. Das muss ich... Schwarze Symbol vorne drauf, ne? Ja, also. Ja, genau. Und hier steht's ja auf Deutsch. Ja, Deutsch ist schwere Sprache, ne? Ja, und in dem Schuppen, da ist ein gelber Trichter drin. Da gehören die Kohle an. Oder du meinst... Ja, Hackschnitze. 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 Ja, genau. Gut. Ich fahr mal grad zum Jürgen noch. Dann komm ich auch wieder. Guck noch, was der da stehen hat von Hofer. Gut. Bis später. Ja, bis später dann. Nicht vergessen. Zum Händler fahren, ne? Ja. Nicht vergessen. Gut. Bis dann. Tschüss. So, haben wir das auch organisiert. Oh, da steht auch eine ganz schöne Menge rum. Vielleicht... Können wir auch einen günstigeren Traktor erwerben. Vielleicht hat er ja noch irgendwas günstigeren. Weil im Moment haben wir um die 160.000... 160.000 könnte man aufwenden vom neuen Traktor. Mehr aber nicht. So. Dann gucken wir mal. An dieser Stelle wünsche ich euch aber... Äh, nein. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. Und das geht um das动te mit Blick Langs economisch. Und dann geht das, dann geht das. Ich bin frohlet. Und dann ist das eine zu vermitteln. Wir machen das um die Grabe. Wir machen die Atme an.